gute und herzlich willkommen zu baldus g3 wir sind hier noch mal an der brücke zurückgespawnt ich will noch mal versuchen auf der freundlichen weise ist zu versuchen ich weiß nicht ob das geht da ist er doch ja eben wie so ein praktisch habe eben den karten nicht gesehen ich gehe da jetzt einfach rein und rede mal mit denen ich versuch es einfach mal auf der freundlichen turner er kann es ja mal versuchen und übrigens alle leute die mich bis jetzt noch nicht abonniert haben die können das mal nachholen bitte mal abonnieren dankeschön dafür und ein danke an alle leute die mich abonniert haben ist super finde ich gut von euch in vielen dank und dann legen wir auch gleich los und gehen noch mal rein mal schauen was passiert wenn ich noch mal neu ich soll die goblins besiegen dann haben sie muss als sie muss auch noch finden als sie nichts passiert mich bilder stein ich unter der plan ist ein entire in brought back enough booze to drown a dragon herrster them we nicked it off down one mug of ale for every okay so ziemlich sympathisch ich treue den ja man muss nicht unbedingt gleich kämpfen die kinder spielen mit leichen auch wie süß ich habe keine herabhauung gedauert Was heißt das ein Trashnikkern? UNDERGON! Ha 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 ha! Stupid, dead bastard! Give him a good kickin! He deserves it! Hm. Hm. I'll disrespect you if you don't shut it! This nasty warg piddle kills my mum and dad! Made a bloody orphan of me! Lost holds hands with grief. Even among goblins. I ain't bothered about it. Better off without them. Stupid old geezers should have part more and fight! Don't mean we can't enjoy putting the boot into this prickestick though! Well. So much for my previous sentiment. Tja. So ist das. Oh, da möchte man grad schubsen. Das sind die anderen getriggert bestimmt, he? Hm. Ne, ich geh mal zum Bad und quatsch mal mit dem. Hm. Hm. Hm! Hm. 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 und hat Rechteust them to cowering Filfenne. So, lasest your goblets, und rein them with pride. Draw, Raxlin, the True Soul, und led you collide! Okay. Geh an, Raxlin! 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 Bara! Du ihn hast! Gw, 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 Geh an, Raxlin! Wir beten, wir... Geh an, Pidgen! und jetzt noch Oh, er muss wirklich in sein Käfig drücken, ne? Ich geh mit. Ain't no party in here. We're doing the absolutes work. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Oha, scheiße. Nicht gut geworden. Likes of you, please. Only boss you need concern yourself with is me. Out! Now! Hmm, okay. Saluna, as if mingling with a horde of goblins wasn't bad enough. Let's do what we have to do, then get out of here. Quite the understatement, but yes. Let's not linger in this place any more than necessary. Already told you to bugger off, didn't I? Okay. Okay. What? 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 Get your service, of course. We follow the absolute and them she speaks through. At first we thought it was just Priestess Gutt and Boss Ragslin. Then the Drow came along. And you and all now, I reckon. Go ahead, please. I'm sure you're expected. Yeah, go ahead. The absolute is gathering us all together. For something big, I reckon. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Oh, so much fun that those thieves almost got past. We got them now, eh? And once the whelps start seeing you. I can go through, hurrah. But what does that bring? It smells like burnt flesh in here. Inside you. I only hear her through you, Priestess. That's because she chose me. You're not worthy yet. And the one thing I learned down here, don't matter if you're a slave or a child, you drown out your eyes again. Look out your eyes again. Look at them all. Hmm. Da ist der, der gef劣tert wird. Okay. Okay, der ist eben so gekrümmt gelaufen. Hat er Schmerzen. Was ist mit Gehen los? Die Mistress Mantle, this place is rotten. The fewer breaths we take here, the better. That is most gratifying to hear. May I? The ... thank you. The pitch is going to be there. Oh, that hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. A metaphorical demon, I haste to point out, but no less dangerous. And no less bound to wake up again to continue its ravages. Such is the nature of all monsters. Oh, it's not so bad once you get used to it. And, on the plus side, my tower in Waterdeep has never been so free of clutter. Sincerely though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. But in time, all will be told. Na, hoffentlich. My lady, I bowed your boundless kindness. Ich bin halt zu freundlich, ne? Viel zu freundlich. Ach, hab ich schon gesagt, lass mal ein Abo da. Oder folgst mir mal gerne auf Twitch. Weil viele Leute, die vergessen das oder machen es gar nicht. Hilf dir am Kanal, ne? So, was gibt es hier Schönes? Erstmal Auskundschaften. Da darf ich nicht durch. Gefängnis, ne? Was ist mit dir reden hier, ne? Hm? 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 A goblin priestess, receiving instruction from a handsome young man, one of the chosen. The vision dissolves away. You stand before the goblin priestess in the temple once again. Her faith floods into you, a tide of shuddering ecstasy. Her tadpole nestles within that mania, secure, hidden. I feel you in there, digging around. Works both ways. And I saw some weird shadows swimming around in your head just now. Maybe I can help with that. Us true souls gotta look out for one another. You've come to the right place. With the absolutes will, I can fix anything. Okay, we get to the ocean. Let's do this in my chapel. It's private. I don't want this lot interfering with true soul business. Oi, priestess. We want the mark. Why do they think they're talking to a goblin? Aren't we good enough for the absolutes? Perhaps that's how we would have ended up, had our nautiloyd not been attacked. What's she doing? What's she doing? What's she doing? We're waiting for a round. Ready to clear your head. Whatever, the absolutes tells me too. Don't worry. She loves you. I can tell. Don't wanna cry to Gordles. Everybody else needs to leave. Ready to clear your head? Don't wanna cry to Gawpers. Everybody else needs to leave. Let's get on with it. Let me work my magic. No one stopped me yet. Ready to clear your head? Smart. All you need to do is open yourself to the Absolute. And I'll do the rest. Don't want anyone peeping on private matters. So, there we go. Secret and safe. Well, secret. Psionic feelers creep across your mind like a pickpocket's fingers seeking flaws in fabric. It's all slippery in there. What are you hiding? An image of the Mind Flayer reaches out to her from her memories. Help! We need to fish that thing out before it eats any important parts of your brain. Mm-hmm. No. It's messing with your brain. You're seeing things. Probably hearing voices too. Yeah? Don't you worry. I've got everything I need to fix you. Might get a bit messy, though. You won't regret this. Being a true soul, you know the Absolute don't like to touch nothing unclean. So drink this. It'll purify ya. You recognize telltale flecks of werejackal blood. It's a potion of sleep. I ain't deceiving nobody. I'm trying to help. Okay, drinken wir mal. Mal ne Runde pennen. Mm-hmm. 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 Sweet dreams. I'll see your ugly mug on the other side. No, don't go. Wakey, wakey. Don't bother struggling. You ain't going nowhere. The Absolute wants to know all about that critter. in your head. So start talking. I know that much. I saw the whole horrible story in your memories. And I know what happens next. Your teeth fall out. Your skin rips off. And you turn into one of them. Lice. I'm stronger than ever. And I've got the absolute on my side. But you, you're on your own. Nothing more than a skin suit for that monster inside you. You're gonna be my new pet. A ferocious squiddy. All for myself. Hallo? 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 Ich weiß nicht, was ich da machen soll, ne? Dann raste ich hier voll aus und dann muss ich alles erledigen, ne? Hm. Machen wir das hier. Schweigen. Du bist so schön, wenn du ein Pätschern bist, wenn du ein Pätschern bist. Oh, ich bin ein Pätschern, die Beatschern werden. Oh, nein. Du testestest das Wachst des Chains, und schausten die Weak-Pätschern. Okay, wann kommen die Kumpels von mir jetzt hier rein? Oh, ich kriege Hilfe, danke schön. Oh, ich kriege mich auf meine Master. Er sende seine Regards. Der Honorable Raphael. Er ist sehr glücklich über dich und deine... ...at diesem Punkt, du bist mehr Interessant von живem als tot 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 tot. Also hier bin ich, dein Saviour in times of need. Wir werden befreit. Okay. Okay. Free. For now. Free. For now. He stole my hat. Tie him. Dreh. Holli, du bist. Dein. Die triff. Die triff. Schrei. Die triff. Schrei. Schrei. Die triff. Schrei. Die triff. Du bist nicht so, oder? Okay. 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 Right. Okay. 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 And she's over here. ja und wo sind wir da jetzt das sind wir doch und immer wieder gut hier muss man wer weiß was passiert nicht mehr Diese Pläte kann sich rotatieren. Wahrscheinlich für ein Grund. Hmm. Hmm. Was ist das? Oh, das ist gut. Hmm. Was ist denn der Tempel, ne? Noch einmal drehen. Was ist denn der Tempel? Was ist denn der Tempel? Komm hier, gucken. Was ist denn der Tempel? So. Speak. Hm. Da musst du das Rätsel lösen, ne? Das Löse-Rätsel. Rätsel lösen. Hm. Not a chance I'll fit in there. Alle drei Anführer sollen stöhnen. Oh, was ist denn hier los? Hä? Wie ist denn dort? Hm. Schon merkwürdig, ne? Wie kommen die jetzt wieder her? Schon, ne? Ja, die bewegen sich. Ja, die bewegen sich. Jetzt kommst du immer alles mit, ne? Ah, ne Truhe. Vamos a ler. Alle drei Anführer töten. So, jawohl. Können wir die lautlos killen? Oh, come on now. They're just having a bit of fun. We got them now, eh? And once the whelps start singing, we'll know who sent them. Muss ich jetzt da hochgehen? Was war denn da hinten? Hmm. Weg in die Ruine finde ich nicht. Schöpfe. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. Oh, come on. was wir wusste nennen die anführer Der ist Lusere. Die Woche ist aber ganz schön stark, ne? Dann muss er noch mal gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe hier jetzt keinen Kampf, ne? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Schriftrolle nehme ich natürlich mit Untertitelung des ZDF, 2020 Nicht treten! Hmm... Ich weiß nicht, was ich da genau machen soll... Ich suche auch noch nach einem Hinweis... Ich weiß nicht, was ich da genau machen soll... Ich weiß nicht, was ich da genau machen soll... Ich weiß nicht, was ich da genau machen soll... Ich weiß nicht, was ich da genau machen soll... Ich weiß nicht, was ich da genau machen soll... Ich weiß nicht, was ich da genau machen soll... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, was ich da genau machen soll... Ich weiß nicht... 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 Hmm. Ja, ich hab keine Ahnung. Okay, das war's dann erstmal für hier. Bis hierhin. Danke fürs Zuschauen. Teilen, liken, abonnieren nicht vergessen. Und man sieht sich beim nächsten Mal. Cheerio! Danke fürs Zuschauen.